Hallo und willkommen bei Hartverrat, hier die Technik-News der Kalenderwoche 36-2020. Wird wahrscheinlich jeder von euch mitbekommen haben, Nvidia hat ihre 3090, 3080 und 3070 Grafikkarten vorgestellt, aber bei mir gibt's natürlich die News auch nochmal. Zusammengefasst ist es von Nvidia eigentlich gewesen so ein riesiges Fick-deutsch-neue-Konsolengeneration, ihr könnt eben nicht mit High-End-PCs mithalten. Sehr interessant ist auf jeden Fall, Nvidia wollte ja eigentlich die Grafikkarten in 7nm rausbringen, es wurde jetzt aber letztendlich der 8nm Samsung-Prozess. Der Grund dafür könnte sein, das was ihr auch schon in einer der letzten News erwähnt hattet, dass AMD mittlerweile so viel von TSMC abnimmt, dass AMD der größte Abnehmer 2021 bei TSMC wird. Und scheinbar nimmt AMD so viel bei TSMC ab, dass TSMC nicht mehr genügend Kapazitäten hat und so muss Nvidia vermutlich ausweichen auf Samsung. Vielleicht wollte TSMC aber auch einfach nur so viel Geld haben, weil sie sich erlauben können, dass sie ja eh AMD jetzt als gewaltigen Abnehmer haben. Man geht aber auf jeden Fall davon aus, dass es mit AMD zusammenhängt, dass sich Nvidia jetzt für Samsung entscheiden musste, weil so geplant war's auf jeden Fall nicht. Nvidia hat mit der neuen Architektur ihre Shader deutlich mehr abgeändert, so hat man viel mehr auf einem Chip. Daraus resultiert, dass die neuen Karten eine brachiale Rechenleistung haben. Die Leistung pro Takt bzw. pro G-Flop ist aber gefallen, das wird allerdings mehr als ausgeglichen, dadurch, dass man halt deutlich mehr Rechenpower hat. Die RTX 3090, das Flaggschiff, hat 10.496 Shade-Einheiten, die 3080, 8.704 Shade-Einheiten und die 3070, 5.888 Shade-Einheiten. Die 3070 hat einen Boost-Takt von 1.037 MHz und damit 20,4 Teraflops FP32-Leistung. Die RTX 2080 Ti, die alte Generation, hatte noch 4.352 Shader bei 13,4 Teraflops. Trotzdem soll die 3070 nur, in Anführungsstrichen, so stark sein wie die 2080 Ti, dann sieht man schon, dass die Leistung pro Takt im Allgemeinen etwas abgefallen ist. Die RTX 3080 hat 29,8 Teraflops und die 3090 35,7 Teraflops. Die 3090 soll 1.499 Euro kosten, die 3080 699 Euro, die 3070 499 Euro. Also es heißt Dollarpreis gleich Europreis, es liegt daran, weil der Dollar gerade relativ schwach ist und deswegen werden die Karten so angeboten. Allerdings gilt es erstmal nur für die Faunus Edition, die Custom-Karten können natürlich teurer sein. Dafür kommen die große 3090 auch direkt mit 24 GB GDDR6X-Speicher her, die 3080 mit 10 GB und die 3070 mit 8 GB. Die 3080 kommen am 17. September, die 3090 am 24. September und die 3070 irgendwann im Oktober. Gilt allerdings hier auch wieder nur für die Faunus Edition. Die Herstellerkarten sind ein bisschen variabel. Viele Hersteller haben gesagt, irgendwann September. Manche kommen auch schon direkt zu Release, manche kommen sogar auch erst im Oktober. Und so wie ich es bisher mitbekommen habe, sehen die Lagerbestände nicht allzu gut aus. Man kann also schon mal davon ausgehen, die sind am Anfang relativ ausverkauft. Was neu zu den Grafikkarten dazukommt, ist HDMI 2.1. Außerdem sind bei den Faunus Edition jetzt der neue 12-Pin-Stromanschluss mit dran. Bei den meisten oder bisher bei fast allen Custom-Karten, die ich gesehen habe, es wird weiterhin einfach die normalen 8-Pin-Anschlüsse benutzt. Insgesamt überzeugen die Karten aber sehr. Die Performance pro Watt ist rasant gestiegen, beziehungsweise so gestiegen, wie man es eigentlich auch schon vorher durch Leaks erwartet hat. Das Einzige, was fehlt, ist, man ist ja davon ausgegangen, dass sie die 3080 und 3070 auch mit doppelten Speichern gibt. Ist jetzt allerdings was von Lenovo aufgetaucht, wo es scheinbar eine 3070 Ti-PC gibt. Kann natürlich auch sein, dass es eine Grafikkarte ist, die ist erstmal Lenovo-exklusiv, aber die hat 16 GB Speicher. Ich kann mir gut vorstellen, dass solche Karten noch erscheinen könnten. Ich kann mir auch vorstellen, dass sowas Nvidia als 4K-Edition nachherausbringen wird oder so. Halt einfach die 3070 und 3080 mit doppelten Speicher. Ist gerade für 4K-Spieler auch wichtig. Was auch neu dazu kommt, ist RTXIO. Das ist eine Technologie, die habe ich jetzt auch schon bei den neuen Konsolen gesehen, jedenfalls so in der Art. Ist quasi so, Dateien für die Grafikkarte oder Dateien, die in die Grafikkarte geladen werden müssen, sind dann komprimiert auf einer SSD und die Grafikkarte tut die dann dekomprimieren, beziehungsweise die GPU tut es dann dekomprimieren und dann in den VRAM reinladen. Also quasi, es ist quasi dafür da, wenn Zeug halt nachgeladen werden muss und durch die Komprimierung, die die GPU danach dekomprimiert, tut man quasi seine SSD-Geschwindigkeit so gesehen verdoppeln und so kann man viel schneller Spiele laden. So ganz vereinfacht gesagt. Die neuen Konsolen haben dafür halt einen extra Chip, Nvidia macht es dann halt auf der Grafikkarte. Aber was macht denn gerade AMD? AMD hat einen Umsatz gehabt im letzten Quartal von 1,93 Milliarden. Das ist 26% mehr als im Vorjahr. Schon mal gut. Aber was macht AMD sonst noch? Ja, sie haben Lieferschwierigkeiten. Mal wieder. Und diesmal betrifft es mehr als nur einen Prozessor. Aber hierbei haben sie Lieferschwierigkeiten beim Ryzen 3, 3200G, Ryzen 5, 3600, 3600X, 3700X. Beim 3800X bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber insgesamt sind die Prozessoren bei Großhändlern ziemlich leergefegt. Endkundenhändler haben es sehr oft noch, aber viele mussten schon auf jeden Fall die Preise nach oben anpassen. Was gibt es in Hülle und Fülle? Ja, die XT-Prozessoren. Aber die möchte ja keiner haben. Es war wohl ein ziemlicher Fail von AMD. Vielleicht ist das auch ein Grund, wieso es jetzt bei den jetzigen Lieferproblemen gibt. Weil sie haben gedacht, bei den XT-Prozessoren, vielleicht möchten das ein paar mehr Leute haben. Ein bisschen mehr Single-Core-Leistung. Und haben gedacht, ja, da werden die Verkäufer um 3,6 und 3,6X und so weiter ein bisschen runtergehen. Vielleicht hat sich der AMD verkalkuliert. Keine Ahnung. Jedenfalls kommt man gerade richtig schlecht an Prozessoren ran. Heute, siebter, neunter, aufnehmen, ist der Ryzen 3600. Steht schon auf knapp 180 Euro. Das ist 20 Euro mehr als noch zuletzt. Ja, den 3,7X wird es auch bald treffen. Also wer ein 3,7X braucht, ich würde ihn jetzt nehmen. Ubisoft hat ein bisschen über die PlayStation 5 geplaudert. Und viele Leute feiern ja Abwärtskompatibilität. Bei der PlayStation 5 würde es scheinbar nur bei der PlayStation 4 bleiben. PlayStation 3, 2 und 1-Spiele werden wohl nicht abspielbar sein auf der neuen PlayStation. Auf der neuen Xbox soll es aber besser aussehen. Dass die Xbox One-Spiele drauflaufen sollen, ist ja schon länger klar. Und diese sollen auch ohne Probleme oder sonstiges direkt abspielbar sein. Die meisten Xbox- und Xbox 360-Spiele sollen aber auch drauflaufen. Die älteren Spiele laufen hierbei mithilfe eines Emulators. Da die neue Xbox aber mehr als genügend Leistung hat, bekommt der Spieler davon wenig mit. Sony zertifiziert jetzt aber auch Fernseher, die gut sein soll, für die neue PlayStation. Es soll heißen, bereit für PlayStation 5 und soll Käufern dabei helfen, wenn sich einen neuen Fernseher extra für die neue Konsole kaufen, einen richtigen Fernseher auszuwählen. Dafür hat Sony eine eigene Website geschaltet, die einen Überblick über die entsprechende Geräte geben soll. Welche Voraussetzungen allerdings ein Fernseher hat, um dieses Siegel zu bekommen, ist nicht klar. Es kommen ja immer mehr Fernseher heraus, extra für Konsolenspieler, die auf Gaming optimiert sind. Früher war das ja ein Riesenproblem, wenn man auf der Konsole eSport-technisch spielen wollte, dann musste man eigentlich zwangsweise auf einem PC-Monitor spielen, da normale Fernseher einfach nicht dafür gedacht sind, beziehungsweise zu lahm waren. Fernseher, die von Datenblättern zwar ziemlich gut waren, hatten trotzdem oft einen ziemlich hohen Input-Lag, beziehungsweise einfach eine Verzögerung. Die eSport-Titel, naja, man hatte halt Nachteile. Das war's dann aber auch mit den Tech-News für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier noch ein bisschen Eigenwerbung für mich. Ich streame des Öfteren auf Twitch, mache da PC-Hardware-Fragen und Antworten-Streams. Twitch.tv slash Hardware-Rad, Link auch nochmal in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Follow da lasst und beim nächsten Stream auch wieder mit dabei seid. Dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.